Hallo liebe Menschen, herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 unseres Formates. Hör mir zu. Wie jedes Mal sind mittlerweile Grafiken in den Texten drin versteckt, beziehungsweise nicht versteckt, sondern offensichtlich, die euch dann die Texte bereichern werden, die die Auftrennen machen, hier im Bielefelder Jugendring. Und das ist wie immer eine Kooperation des Bielefelder Jugendrings zusammen mit Slam OWL. Und ihr begrüßt jetzt gleich bitte auch schon unseren ersten Aufträgern. Klatscht durch eure Bildschirme durch für CES. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei meinem Text. Ich bin so vieles. Ich bin deutsch. Du siehst es mir vielleicht nicht an, denkst, bin der vom China-Imbiss nebenan, eine Verbilligung deines reinen deutschen Lands. Doch halte ich meinen deutschen Pass fest in meiner Hand. Ich bin Deutscher, als die Deutschen beim jährlichen Dietwurter Chinesen faschen, die ihre Gesichter gelb bemalen und traditionelle Trachten als Kostüme tragen und versagen auch nur ein kleines bisschen zu hinterfragen, ob es nicht rassistisch sei. Das ist es nun offensichtlich nicht, denn wir bösen Asiaten würden nur die Freundschaft der Länder verraten und Probleme erfinden. Ich bin Deutscher. Deutscher als die ganzen AfD-Wähler, die uns am liebsten in unser eigenes Land zurückjagen und mit der Wahl von Psychopathen eigentlich nur sich selbst schaden. Ihnen ist nicht klar, dass letztendlich nur die Reichen profitieren und sich ihre schönen Sozialleistungen halbieren. Aber ich bin deutsch. Deutschland ist mein eigenes Land und trotzdem immer wieder diese dämliche Frage, Woher kommst du? Nein, 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 du verstehst nicht. Woher kommst du eigentlich? Nein, du verstehst nicht, dass ich hier geboren bin, du Idiot. Und wir müssen beide. Du willst nicht hören, was ich sage. Denn der erste Gedanke der meisten, die mich erblicken, ist sowieso, der ist Schneese. Ich bin Schneese. Der Schneese von kleiner Statur und schmalen Augen. Einer, der mit flinken Fingern alles kann. Naja, nicht so ganz. Beispielsweise sagt man, die Chinesen können kein R aussprechen, was für viele vielleicht stimmt, doch führt mein Nachname für die Gleichen zum Kopfzerbrechen. Was der Aussage doch den Sinn entnimmt. Man kann etwas, was nicht in der eigenen Sprache ist, nicht richtig aussprechen? Unerwartet. Echt unerwartet wird die Anzeigen kläglich versuchen, meinen Nachnamen richtig zu sagen. Auch die Sicht auf unsere Spezialitäten ist unerwartet. Von Hühnerkreien und Entenzungen bis zu tausendjährigen Eiern und Schweineohren. Wir essen ja wirklich alles. Wir sind ja wie wilde Tiere, gar animalische Triebe. Denn wie kann man sowas essen? Doch stopp! Kleinen Moment. Teile vom Tier, die sonst viele kaum verbrauchen. Zungen, Füße, Ohren und Schnauzen. So viel anders erzählt sie, ist es eigentlich auch nicht, oder? Ah, bla bla bla, das essen nicht alle, sondern nur ein paar. Ja klar, dafür ist natürlich jeder einzelne von uns schuld an Corona. Denn wir sind anscheinend die menschlichen Restmüttern, die Allesfresser und alles, was vier Beine hat, landet bei uns unter dem Messer. Bei uns wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Bei uns wird bei Anblick der Katze direkt die Gabel gezückt. Aber, ich hab da mal was Interessantes gehört. In Deutschland wurden früher mal Hunde gegessen. Das kann doch nicht sein. In unseren Deutschland gibt es nur Huhn, Rind und Schwein. Aber nein! In Deutschland wurden früher jährlich 120.000 Kilo Hünder gemetzert. Und erst 1986 wurde es von Speise zum Verbot verändert. Gar nicht mal so lange her. Deswegen verstehe ich einfach nicht, was nicht zu verstehen ist. Ihr habt eure Kultur und wir unsere. Ihr seht aus, wie ihr aussieht und wir, wie wir. Auch wenn wir von euch alle gleich aussehen und so ganz anders als ihr. Ich mache mich trotzdem nicht über dein Aussehen lustig. Aber du, du fragst mich, ob ich mit einer Schnur von den Augen überhaupt was sehe. Du fragst mich, ob ich denn die deutsche Sprache verstehe. Du fragst mich, wer hat dir denn eigentlich ins Gesicht gepisst. Aber natürlich, natürlich ist ja alles nur ein Witz. Deswegen bin ich wütend. Zumindest auch deswegen. Doch das war nicht immer so. Früher war ich von Scham erfüllt. Ich habe mich unfassbar geschämt. Geschämt, dass mein Essen im Vergleich ja so komisch und exotisch war. Dass ich mich beim Essen vor den anderen verbarg. Geschämt, dass ich anders aussah als meine Klassengameraden, die mir jeglichen Stolz auf meine Herkunft nahmen. Irgendwo führe ich mich aber am meisten schäme, ist mein größtes Verbrechen. Nämlich das Aufgeben meiner Kultur und selbst nur, um der weißen Norm zu entsprechen. Ich wollte nur dazu gehören und musste meine Selbstachtung zerstören. Habe mir allerlei rassistische Witze über mich ergehen lassen und war das ausländische Opfer der Klassen. Das hat sich geändert. Die Scham wanderte sich zur Wut. Wütend auf mein altes Ich und so viele andere Sachen. Ich bin so wütend. Wütend über die Kommerzialisierung von Migranten. Denn auch Nazis essen Döner. Es ist kein Kampf gegen die rechten Instanzen. Nein, denn wir sind mehr als nur Arbeiter, um Essen zu machen. Ich bin wütend darüber, tagtäglich den gleichen rassistischen Witz von Idioten zu hören, die aber ganz laut betonen, es seien ihre persönlichen Versionen von Humor des Deppens rassistischer Tumor. Und so wütend über dieses verdammte Schild mit der lächerlichen Aufschrift Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage. An einem Ort, wo sich tagtäglich ständig Mikroaggressionen zutage tragen. Wir brauchen mehr als nur dieses lächerliche Schild. Wir brauchen balanciertere Kundgaben von Reportagen. Denn wo man beim Weißen auf eine Mitleidstory setzt, das ja ja psychisch labil sei, wird beim POC dagegen direkt gehetzt und keinerlei Neutralität gezeigt. Wir brauchen eine Entstigmatisierung von Ausländern als misogyne Tätern. Denn wenn wir von Gewalt gegenüber Frauen sprechen, so sind trotz Migrantenwelle an erster Stelle die Fälle von häuslicher Gewalt gestiegen. Also kann es ja nicht nur an den bösen Ausländern liegen. Vor wem sollen eure reinen deutschen Frauen also nun wirklich geschützt werden? Zudem brauchen wir anscheinend einen noch intensiveren Geschichtsunterricht für die ganzen vertrunkenen Leute. Denn 20% der Wähler sind verdummte Deutsche mit so viel Wut und Hass und ohne Reue. Und dadurch wird das Braun von früher zum Blau von heute. Ich bin hier geboren und wegen euch bin ich trotzdem nicht von hier. Egal wie gut man deutsch ist, egal wie lange ich hier schon lebe, am Ende des Tages bin ich trotzdem kein Teil von euch, sondern nur der Schneese. Eben gerade für euch noch auf der Bühne mit seinem Text, jetzt hier im Interview, Klatsch doch mal für Cess. Hi! Hi! Schön, dass du da bist. Wie war es jetzt für dich bei diesem Projekt, du warst jetzt ja bei dem Projekt zum ersten Mal dabei, wie war es für dich mal, dass Grafiken zu deinem Text gemacht wurden? Erstmal auf jeden Fall ungewohnt. Also ich habe ja auch die Grafiken natürlich schon gesehen. Und ich finde es halt cool, das gibt halt auch einfach eine andere Perspektive auf seinen eigenen Text, weil selbst wenn man den Text mit irgendeiner gewissen Intention hat, liegt das so oder so natürlich für jeden anders, weil jeder Mensch ist halt nun mal anders. Und das hat mir auch einmal so einen bildlichen Perspektivenwechsel sozusagen gegeben. Deswegen, das war auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt und ich bin froh, mitgemacht zu haben. Das klingt doch wunderbar. Gerade bei diesem bildlichen Perspektivenwechsel, gibt es da ein Bild, eine Perspektive, die dich am meisten gefreut hat, überrascht hat, die dir am meisten zusagt? Die, die ich jetzt persönlich für meinen eigenen Text am zutreffendsten fand, war eine Skizze, wo die Figur so dargestellt worden ist, dass sie aus einzelnen Bruchstücken besteht, die irgendwie zusammengefügt wurden durch wie auch immer. Und ich persönlich fand, es passte sehr gut zu meinem Text, weil ich ja auch in meinem, den man vorher ja hören konnte, unterschiedliche Teile in mir habe oder Teile darstelle, weswegen ich die Darstellung am ansprechendsten fand. Aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Und das ist ja auch was, worauf du im Inhalt viel eingest, dieses ganze, in lack of a better word, diverse. Ich weiß es nicht, wie wir es sonst gerade besser beschreiben könnten. Gibt es noch was von diesem ganzen Inhalt, in dieser Bubble von Inhalt, die du da drin hast, auf das du gerade noch mal eingehen wollen würdest, gerne? Worüber ich ja auch gesprochen habe in dem einen Part, sind halt diese unterschiedlichen Formen von Mikroaggression, sage ich jetzt mal. Auch wenn manche Fälle, die ich persönlich schon erlebt habe, über reine Mikroaggression hinausgeht. Mir ist es halt einfach wichtig, weil, das hatte ich ja auch in meinem Text gesagt, viele Menschen denken, es ist halt witzig, so etwas zu sagen. Ja, kannst du überhaupt chinesisch? Ja, siehst du irgendwas mit einer Schnur vor dem Auge? Ja, du isst ja Hund, du isst Katze, was auch immer. Das ist für die halt alles nur ein Witz. Und was die halt nicht verstehen ist, dass es im Kern immer noch Rassismus ist, halt diese Mikroaggression, weshalb ich gerne noch mal sage, dass man, bevor man einen vermeintlichen Witz sagt, manchmal ist es vielleicht doch besser, nachzudenken oder einfach ganz seine Klappe zu halten. Ich finde es schön, dass du sehr vorsichtig sagst, dass manchmal Denken gut ist. Ja, also, ja, klar. In der Regel ist Denken auf jeden Fall vom Vorteil. Manche Menschen sind leider dessen nicht befugt oder fähig. Nee, befugt ist das falsche Wort, fähig. Manche Menschen sind dazu leider nicht fähig, was ich leider sehr schade finde. Aber ich würde es mir wünschen, dass man vielleicht einmal nachdenkt, einfach bevor man jetzt einem vermeintlichen Witz sagt. Genau, denn wenn ihr nicht nachdenkt, reproduziert ihr natürlich dann auch die Bilder, aus denen heraus der Witz besteht. Denn gerade das ist dann ja das, was da beim Fortbestehen dieses rassistischen Bildes bleibt. Was auch bleibt, sind verabschiedene Worte an die ZuschauerInnen hinter allen Kameras, die ihr jetzt alle nicht seht, weil ihr aus den Kameras selber rausguckt. Verabschiedene Worte bitte in diese Kamera. Ich wünsche einfach, dass alle von euch, die zuhören, einfach mal nachdenkt, ganz genau überlegt, was ihr tut. Und bitte, bitte versucht nachzudenken und seid nicht wie 20 Prozent der deutschen Wähler. Dankeschön. Ein Dankeschön auch an dich und an euch, liebes Publikum, denn ihr klatscht es wieder durch eure Bildschirme hindurch für unsere nächste Aufträgende. Begrüßt, NADU. Ein Prolog über Rassismus. Du fragst mich, ob ich von meinem Job nicht genervt bin. Erzählen die nicht eh immer dasselbe? Und ist es in unserer heutigen Zeit wirklich noch ein Thema? Du würdest ja auch nicht rumheulen, nur weil du ein Ginger bist. Und du wirst auch diskriminiert. Wie stehe ich eigentlich dazu? Ja, ich sehe das voll. Gerade bei TikTok werden Leute mit roten Haaren voll oft schlecht gemacht. Und das hat ja auch Tradition in unserer Geschichte. Rote Haare zu haben und dass das ein Problem sei und Leute deshalb irgendwas zugeschrieben bekommen haben. Hexenverbrennung. Ich weiß, was du meinst. Aber es ist dir schon einmal passiert, dass jemand nicht neben dir sitzen möchte, weil du angeblich Corona nach Deutschland gebracht hast? Dass jemand mit dem Finger in einer Bäckerei auf dich zeigt und sagt Endpunktpunkt Schlampe und sagt geh zurück in dein Land Messerstecher, Kopftuchmädchen. Ist dir das schon einmal passiert? Ist dir das schon einmal passiert? Dass du irgendwo nicht mehr arbeiten darfst, weil du angeblich komisch riechst, weil ihr in der Kultur ja so komische Sachen isst? Du schweigst und fragst mich, was ich am Wochenende mache. Prolog Kaum eine Person unter 25 und ohne Literaturstudium weiß, was ein Prolog ist. Es ist eher ein Monolog, Leute. Es ist ein Monolog. Ich erzähle euch einfach, was ich darüber denke und ich mache ein Geständnis. Als ich klein war, haben wir ein Mädchen im Kindergarten und in der Grundschule gemobbt, weil sie angeblich so komisch riecht. Ihre Mama kaum Geld hatte und unsere Sprache nur halb korrekt sprach. Wenn wir uns über ihre Art und das Kopftuch ihrer Mama lustig gemacht haben, hat unser Lehrer nie etwas gesagt. Er meinte immer vor uns, dass das voll schade ist, dass sie nie eine gute Deutschnote bekommen kann, obwohl sie im Vergleich zu allen anderen so hart arbeiten würde. Aber da kann man halt nichts machen. Als Flüchtling muss man sich halt einen Aufenthalt verdienen, hat er immer gesagt. Ich habe nie etwas gesagt, weil Regel Nummer eins, die unser Lehrer uns schon am ersten Schultag eingebläut hat, war. Erstens, ich habe immer recht. Zweitens war die Regel von ihm. Falls ich mal nicht recht habe, tritt automatisch Regel Nummer eins ein. Super witzig. Mir hat das damals Angst gemacht. Lieber Grundschullehrer, lieber Herr Walter, du hast nie etwas gesagt, wenn wir einen rassistischen Spruch gemacht haben. Als eine Mitschülerin abgeschoben worden ist und von einem Tag auf den anderen verschwunden war, war dein Kommentar nur, dass der deutsche Staat schon die richtige Entscheidung trifft. Sie war die Beste in Sport und konnte nie ihre Eins in der Mathearbeit bei Herrn Walter abholen. Jeder weiß, warum es Regeln gibt, aber ein Kopf, der dir einfach das Leben nimmt, macht einen auf Gott. In mir steckt auch ein Migrantenkind. Mutter aus Deutschland, mein Vater angeblich ohne Fluchtgrund im Abschiebeknast. Aber ich bin dir ja deutsch genug. Ich rede ja vernünftig. Für mich ist da noch Platz. Aber für die schwangere Frau im Schlauchboot auf dem Mittelmeer gibt es keinen Platz. Für den jungen Mann im Iran, der seine Stimme erhob, macht sich keiner stark. Du fragst mich, ob ich von meinem Job nicht genervt bin. Erzählen die nicht immer dasselbe? Nein. Ich erzähle alle halbe Jahre etwas Neues, etwas über Kriege, etwas über Gesetze. Ich sehe jeden Tag etwas Altes, wo doch jetzt eh nichts mehr zu machen ist. Ein 16-Jähriger meinte mit seinen Kumpels, nachdem ich dort einen Workshop gegeben habe, über sensible Sprache gegen Rassismusstrukturen. Er meinte, ja, Rassismus, das ist voll wichtiges Thema. Das geht gar nicht. Aber Schwule? Schwule gehören für mich erschossen. Das ist Alltag an Schule. Außer du fragst mich, ob ich meinen Job immer noch ernst genug nehmen kann. Weil eigentlich weiß doch jetzt jeder, was wir wollen. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Außer da ist nicht mehr genug Platz in einem Land. Außer mit den Arbeitsplätzen wird es knapp. Einfach mal auf andere Ethnien schieben, statt die maroden politischen Verhältnisse anprangen. Ein Olaf-Scholz-Gedenkturm, Rentenkürzungen. Wie ist sowas überhaupt möglich? Alleinerziehende Mütter, die einfach ihr Geld besser anlegen sollen? Bauern und Bäuerinnen, die wir nicht mehr unterstützen und die Pflegekräfte, die wir bei den Arbeitszeiten und Taktungen ins Burnout treiben? Du fragst mich, ob ich von meinem Job genervt bin? Nein, ich liebe meinen Beruf, denn ich muss nichts anderes tun, als mich zu schlängeln wie eine Schlange U, um die Behördenfehler, die Ungerechtigkeit, um dabei nicht die Hoffnung zu verlieren. Gerade für euch noch mit ihrem Text, jetzt für euch im Interview, begrüßt noch einmal Nadu. Hi! Ich finde schön, dass alle sich immer so awkward hinsetzen. Ja, bei uns ist es so awkward, weil wir uns so lange kennen. Ich finde das lustig. Ja, und du mich dann halt auch so schön anmoderierst und ich meine, wie lange kennt man es jetzt? Zehn Jahre oder so? Das kann gut sein. Apropos lange kennen. Trotzdem gab es in der Zeit noch kein Format wie dieses, wo du mitgemacht hast, wo Bilder zu deinem Text gemacht wurden. Wie war das für dich, dieses zum ersten Mal, dass irgendwie dein Text auf so einer grafischen Ebene interpretiert wurde von einer anderen Person? Ich habe tatsächlich das hier alles angenommen, weil ich das mal haben wollte. Ich wollte extra zu dem Thema was verfassen, weil es mir auf der Seele lag und ich dann auch dachte, wow, auch noch eine andere Kunstsache, die da reingepackt ist. Und ja, voll meine Erwartungen wurden übertroffen und deswegen. Beste Sache so. Sollte man immer so machen. Genau, sollte man immer so machen, wenn man das Geld hat, Leute zu bezahlen. Gibt es irgendeine bestimmte Grafik, die dir am besten gefällt, die am besten deine Erwartungen übertroffen hat? Es gibt eine Grafik, da wird so gesagt, vergiss deine Steuernummer nicht bei deiner Flucht. Und das finde ich mega geil. Das ist so mein Humor auch. Mein Humor und die traurige Wahrheit einfach. Ich finde schön, dass du Humor und traurige Wahrheit sehr gleichsetzt. Ich finde es sogar ganz wichtig, dass wir diesen Humor haben, um traurige Wahrheiten Leuten zu vermitteln. Weil ich glaube, immer nur, das ist traurig, da sind Menschen umgekommen. Das macht bei Menschen einfach, dass sie zumachen. Dann hört man nicht mehr zu. Bei Humor sind sie immer haha, witzig. Und dann überlegen sie sich nochmal kurz, ja, das ist echt schlimm. Deswegen finde ich traurigen Humor ganz wichtig und Sarkasmus und ah, liebe ich alles. Hilft halt, genau. Es hilft viel, das verdaulicher zu machen beim Transportieren. Gibt es sonst noch was bei dir im Text, worauf du gerne hinweisen würdest, was nicht unbedingt trauriger Humor sein muss, sondern gerne auch inhaltlich etwas, was dir wichtig ist nochmal jetzt hier zu erwähnen? Also in meinem Text erzähle ich ja darüber, dass an Schulen, also ich erzähle über diese Situation, dass ein Schüler sagt, ja, okay, nach diesem Antirassismus-Workshop, Rassismus ist echt eine schlimme Sache, aber dann eben sagt, ja, aber Schwule gehören für mich eben erschossen. Und das ist halt wirklich so passiert. Und das ist wirklich in Schulen, es muss da mehr passieren. Es ist toll, dass es so welche Formate gibt, aber es muss noch viel, viel mehr passieren. Und wir müssen auch in pädagogischen Kontexten endlich anfangen, dieses Thema ernst zu nehmen und da vorbeugend zu arbeiten. Eigentlich schon am besten im Kindergarten sollten Leute dafür sensibilisiert werden und sonst kommen wir da nicht weiter tatsächlich. Liebe Leute, wenn ihr in Kindergärten oder Grundschulen arbeitet, bitte sensibilisiert und arbeitet gut. Wenn die Leute Kenias tun das auch, dann holt sie da hin, holt sie da hin. Das ist deine. Das ist schön, genau. Frühe Sensibilisierung ist echt ein wichtiges Thema. Gibt es noch andere Sachen oder noch abschließende Sachen, die du gerne den zuschauenden Personen mitgeben möchtest? Bitte einmal in diese Kamera. Ich erlebe es irgendwie immer mehr, dass Leute sagen, ach, bringt doch jetzt eh nichts mehr. Es geht doch eh alles kaputt, die Welt, die Gesellschaft. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir diese Gedanken beiseite schieben und einfach vor unserer Haustür aufräumen und sagen, das kriege ich aber noch jetzt hin, auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Wenn das zu einer besseren Gesellschaft führt, mache ich das. Und das würde ich mir einfach wünschen, weil wenn wir da alle so denken, können wir, glaube ich, noch einen Wandel herbeiführen. Kleine Sprechpause, um mit der Überleitung jetzt nicht die Message kaputt zu machen und kaputt machen dürft eure Hände auch, indem ihr durch euren Bildschirm die nächsten Auftritte begrüßt. Rasset aus für PJ. What is black to me? Black is the question, where can a man find peace in this world? To seek but never finds, being at war with one's own minds, to be a stranger in a land that used to be mine. I guess there are wounds that never heal, a deep sitting pain that we all feel. Black is searching for truth, a truth we once possessed but that somehow has slipped our reach so that now we turn to a different source that has no meaning but is always quick to preach. Black is taking the crookers with the straights, the ups with the downs, the highs with the lows, finding salvation through music and afros. Black is a blessing in many shades and hues. What's blacker than gold? What's blacker than blues? Black is knowing your worth, standing graciously upon this earth. Black is firm. Black is faithful. Black is really deeper than anything. Black is looking in the mirror one day and realizing that you are king. Black is to have your history erased. Black is to be awkwardly placed in situations you seek to avoid, searching for something, to finally fill in the void, to keep searching and having faith that what you are looking for will one day be found. In your true essence, you will one day be crowned. And if on my way there, I shall die, so shall it be. One day at last, finally free. Okay. Gerade noch für euch mit seinem Text vor diesen Kameras, jetzt mit einem Interview vor diesen Kameras, begrüßt noch einmal PJ. Der Erste, der sich nicht direkt awkward hinsetzt. Sehr gut. Wir haben das sehr sozial für sich zurückgehalten, eine Folge. Was kommt mit Fairness? Du warst jetzt ja auch zum ersten Mal bei diesem Projekt dabei. Das ist das erste Mal, dass auch mal Bilder zu deinem Text gemacht wurden, dass dein Text so grafisch interpretiert wurde. Wie war das für dich? Es war auf jeden Fall interessant zu sehen, dass man sieht, wie eine andere Person quasi das auffasst, was man selbst in die Welt gesetzt hat, was so deren Interpretation eben von diesem Text quasi ist. Ich finde, sie hat sehr gut verstanden, was genau ich eigentlich damit rüberbringen wollte und ist genau auf den Punkt getroffen und das dann perfekt bildlich ausgedrückt. Das ist doch wunderbar. Gibt es irgendein Bild, was es für dich am perfektesten oder am besten ausgerückt hat, was du meinen wolltest? Ja, auf jeden Fall. Das war das Bild, da war dieser junge oder junge Mann, der quasi über das Wasser gebeugt war und sein eigenes Spiegelbild gesehen hat. Und das Spiegelbild, was sich halt eben gespiegelt hat, war er selbst mit einer Krone auf dem Kopf, was halt eben versinnbildlichen soll den Wert, den man hat oder diesen Wert, den man erkennen muss. Der Wert, der dir nicht eben, sag ich mal, sofort offenbar wird in dieser Welt, sondern den du erstmal erkennen musst. Und das ist ein langer Prozess, das ist eine lange Findungsphase und diese Person in diesem Bild hat es halt eben gefunden. Gibt es noch andere inhaltliche Punkte in deinem Text, wo du gerne möchtest, Leute, die nicht selber finden müssen, sondern die du denen mitgeben möchtest, nochmal jetzt hier in diesem Kontext? Es ist, im Grunde genommen geht es darum, dass man sich nicht, dass man keine Angst davor hat, diesen Weg zu gehen und dass man diesen Prozess halt eben durchmachen muss, dass man sich auf die Suche macht, wer bin ich eigentlich, was ist mein eigener Wert, auch wenn die Welt hier versucht, anderes mitzuteilen, dass man halt selbst eben von einer Position von Stärke kommt und nicht Schwäche. Genau das sollte der Text halt eben ausdrücken, nicht von wegen, oh, wir sind so schwach und uns geht es so schlecht, sondern halt eben, egal was außerhalb ist, ich weiß, wer ich innerlich bin und das, was innerlich ist, ist viel stärker als alles, was von außen kommen könnte. Um nochmal was nach außen zu geben, hast du noch abschließende Worte für die da, bitte in deine Kamera. Abschließende Worte, seid gute Menschen, versucht ein gutes Leben zu führen. Das sind meine abschließende Worte. Ein gutes Leben geht natürlich weiter mit gutem Content und wir sehen uns jetzt gleich wieder nach einem kurzen Schnitt. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung, dieser Folge von Hör mir zu. Ich hoffe, ihr fandet einige Inhalte, einige Grafiken, einige kompletten Texte sehr, sehr schön. Wie immer hat es uns sehr viel Spaß gemacht, hier im Bielefeller Jugendring zu sein, denn wie gesagt, das ist eine Kooperation aus dem Bielefeller Jugendring und Slam OWL. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die nächste Folge, denn eine Folge Hör mir zu kommt, diesen Herbst noch. Und wir sehen uns, vielleicht physisch, aber digital auf jeden Fall das nächste Mal bei der Muttersprache-Ausgabe, die im Sommer erscheinen wird. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lernt viel. Und gut. Seid keine Schimpfwort bitte einfügen. Oder so. Malte, wie hören wir sonst Videos auf? Ich bin schon mal weggelaufen. Was machen wir jetzt? Ich glaube, ich kann nicht gerade gut laufen. So, ich will dich rennen. Willst du mit der Kamera wegrennen? Das wäre richtig lustig. Kannst du das aus dem Effekt machen? Danke. Musik Musik